Das ist bzw. war der Amtsdirektor von Neuzelle von Anfang an, Hans-Georg Köhler. Das Amt Neuzelle wurde 1992 gegründet. Anfänglich bestehend aus 17 Gemeinden, wurde ab dem Jahr 2001 durch den Innenminister genehmigt, mehrere Gemeinden zusammengeschlossen. Das Amt Neuzelle hatte bei der Gründung 6.366 Einwohner, 30 Jahre später sind es noch immer 6.397. So stabil wie die Dichte, der Einwohner so stabil war über die Zeit der Amtsdirektor Hans-Georg Köhler in seinem Amt. Seit der Gründung des Amtes wurde er viermal bestätigt. Köhler wurde in feierlichem Rahmen in Neuzelle nun offiziell verabschiedet. Zur Verabschiedung kamen sämtliche Wegbegleiter, Unternehmer und Geschäftsführer der Region. Erfrischend dabei, die Eröffnung wurde nicht durch Reden geführt, sondern durch Kita-Kinder, Akkordeonschüler und Schüler einer 6. Klasse. In einem Lied wurde Köhler liebevoll beschenkt. So wird der Antritt in den Ruhestand beflügelt mit Regenbogen, Luftballon und Co. Die gesamte Veranstaltung sollte über mehrere Stunden Danke sagen für die Zeit und die Arbeit von Anbeginn. Der Übergang hingegen stellt sich für das Amt mehr als holprig dar. Nachdem nun bereits zum zweiten Mal die Besetzung ausgeschrieben wurde, konnte auch jetzt das Amt nicht besetzt werden. Somit bleibt das Fragezeichen für die Nachfolge weiterhin bestehen.